Das ist Thomas Magic. Ich habe jetzt das erste Album, wo ich selbst dabei bin. Ich bin fertig. Willst du vielleicht irgendjemandem danken? Ich danke meinem Großvater, der leider nicht mehr lebt, dass er mir die Gabe gegeben hat, die ich jetzt habe, dumm zu schwitzen und ab und zu den Beat zu halten. Ich bin überglücklich und ich freue mich schon auf den Rest, wenn er fertig ist und ich werde euch mit leckerem Essen unterstützen die nächsten Tage. Süß. So kommt das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht. Ja, aber man muss sagen, der Karsten hat sich gesteigert von Lied zu Lied. Und ja, jetzt sind wir, das Schlagzeug ist drin. Jetzt kann die Brinne alles versauen.